hallo und damit herzlich willkommen zur zweiten folge vom let's play golf with your friends wir spielen irgendeine andere karte mit genau denselben einstellungen wie letztes mal auch und fliegen erstmal beide am loch vorbei jawohl ja wir nehmen das direkt danach auf haben deshalb wir haben deshalb noch keine ahnung ob sich das überhaupt irgendjemand gibt aber wir haben spaß daran ach komm ich mache heute den thomas ich bin zu vorsichtig so jetzt aber perfekt da in die mitte oh zu weit da unten muss es ja schön rein genau diesmal hast du die nase vorn hast du vollgas gegeben vielleicht so jetzt ganz gefühlvoll du liegst da oben das prinzipiell hat er irgendwie voll von von tarik abgefärbt das sagt er ständig da habe ich mir jetzt auch angewöhnt wenn es nicht das ja schlimm das ist aber ein schwieriges loch ein bisschen ich habe es erst hoch und dann runter ich habe da oben liegen bleiben ist ja auch nicht so leicht aber schreck nach unten oder heute mal runter ja wenn du richtig angesetzt so jetzt auch ja ja diesmal verkack ich ganz schlecht ja okay ich liege immerhin schon mal auf der richtigen seite nein 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 ich bin in der geflogen ich bin in der geflogen alter Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst Gerade fühle ich mich nicht so In der vorigen Runde gefühlt hast So, ich mach das jetzt Schritt für Schritt Die machen wir einfach weg, ja? Nee, nee, die wird hochgeladen Ich unterbreche den Upload Dann lade ich neu hoch Dann Alter, nicht im Ernst Niklas, noch drei hast du? Nein! Noch zwei? Ach, ist das scheiße Ach nee, stimmt, man hat ja zwölf Und wenn man so ein Noob ist, kriegt man nochmal zwei drauf Toll Was passiert, wenn ich Vollgas gerade ausgehe? Hm, okay, nicht schlecht Oh, scheiße Ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter Generell wäre schön gewesen Hätte ich mir zwei drin gehabt Ja, Mist, das schaffst du aber auch mit drei Er kriegt Gefühl für die Maus Mensch Ist ja der Hammer Ja, Niklas, ich werde richtig gefühlt für euch heute noch Das ist gelogen Überhaupt nichts gelogen Alter, ich bin wieder am Start Alter, was ist das denn, Mann? Ach, scheiße Was kommt da so runter? Ja Ich habe aber wieder ein bisschen auf... Ne, habe ich gar nicht Scheiße Abgeholt habe ich Abgeholt Ja, schön Geil Toll, Thomas Geil Also ich musste am Anfang einfach nur genau gerade ausschlagen Dann bin ich da liegen geblieben Alter, ich komme Ja, 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 ja Schön Mach ruhig weiter so Genau geradeaus Ja, okay Man kann die Maus natürlich auch komplett verziehen Ich wollte eigentlich hier hinten hin, dass du... Oh, Mann Oh Du kannst das Niklas, jetzt bring mich nicht aus dem... Aus dem was? Ich rede nicht immer mit dir Schade Ich finde es lustig So, jetzt bleibst du aber liegen Genau Das hat bei mir halt glücklicherweise direkt funktioniert Schön, da habe ich jetzt doch ein bisschen aufgeholt Tja Äh Pff, heizen Oh Ähm Nein Roll da noch ein Stückchen weiter Bitte Oh, du scheiß Ball Hey, der Ball kann da nichts dafür Wegen deiner Inkompetenz Ja, das sagt der, der fast am Start liegt Ich bin einmal hinten rum, Mann Wollte da nur einmal drüber lunzen, weißt du Du musst übrigens immer noch zur Fahne Ja, genau, guck, die da Jetzt nicht nach hinten schlagen Oh War zu feste, Thomas Ja, leider Wo ist denn hier? Oh Mist, das hätte so schön sein können Ach, da ist Wasser Ja, Mann Ich wusste ja nicht, was da ist Oh, da ist auch Wasser Oh, scheiße Ich schwimme Ja, ein bisschen fester So ein Kack Mann Ja Genau, Thomas Ja Oh, scheiße Jo Du kannst das Ja, ich habe einen weniger Wie du Du hast Ja, ja Du hast wieder richtig krass Abstand aufgebaut Oh Gott Das war jetzt richtig kacke Nein Ich muss durch jeden Einzelnen durchschlagen Hier musst du einfach nur Glück haben Glaube ich Alter Zu wenig Power sollte man dann doch nicht geben Oh, das war die falsche Seite Ich bin von einer auf der anderen Seite Und wieder zurück Okay Nicht im Ernst Okay Jetzt muss ich mich ein bisschen Was war das denn? Auch das noch Nein Na, scheiße Das war wieder zu schlöööb Zu, zu, zu Zu, äh Zu, äh Feste Das ist einfach nur random Kann mir keiner erzählen, dass es da ein System gibt Äh, das glaube ich irgendwie auch nicht Aha Nicht im Ernst Nein Jetzt liege ich so beschissen da Oh Out Alter, was? Oh, ne Das ist jetzt Wobei, da komme ich wieder raus Aber das ist halt trotzdem kacke Scheiße Scheiße Das verliere ich glaube ich diesmal Mal rüber Mist Naja Ach geil Voller Elan ist wohl nicht so das Beste Scheiße Da habe ich einen anderen Winkel nehmen müssen Alter, ich glaube es geht los, man Leute, die Sicht ist ja mal scheiße jetzt Das war mal voll die verkorkste Sichteinstellung So konnte ich überhaupt nicht schlagen Ja, ja War immer voll assi Ja, guck im Video Ja, klar Mhm Trotzdem bin ich besser als du Überhaupt nix bist du Äh Geradeaus oder links? Probier mal Was sagst du? Äh Weiß ich noch nicht so genau Hm Geradeaus war Zu stark Ach komm Oh Mann Das ist doch ne Scheiße manchmal Da vorne ist das Loch Scheiße Also hier ist irgendwie ein bisschen kompliziert Ich glaube geradeaus wäre besser gewesen Ja, aber da bin ich auch nicht Da bin ich nicht drüber gekommen Und Geil So Geile Scheiße Ich bin fertig Ja, mit nerven, ne? Nö Mir macht das immer noch Spaß Mir auch Ich Ey, ich stelle mir jetzt schon vor Wie das, wenn wir Übungen haben mit Osterein Oder sowas wird Oder mit Low Gravity Alter Das kann nur geil werden Oh Sehr gut Stark Jetzt wird's knapp Jetzt, äh Musst du dich beeilen Mein Freund Okay Das war schon mal zu wenig Ja Ich hab Äh Ein falsches Loch Für das richtige Loch Gehalten Achso Äh War zu viel Och Wie asozial ist das denn? Die eine Regenrinne Geht auch noch ins nichts Oh Gut Das war jetzt Ein bisschen weit Okay Das ist mal ne Scheiße Ah ja Was? Meine Fresse Okay Das war jetzt wieder Kompetenz Komm ja nicht mal Darüber Oh Junge Nein Och Mann Ah Ich verschenke das aber auch Manchmal Ja Jetzt hast du es doch Das ist die richtige Ja Okay Ja Jetzt hast du es Hm Junge Zeit vergeht Was war denn das jetzt für ein Schlag Ja ich kann nicht schießen Der rollt Achso Okay Das sieht bei mir nicht so aus Weil bei mir Teleportiert er sich alle paar Sekunden Mal einen Meter vor Nee Gut dass ich zweieinhalb Minuten Eingestellt hatte Glaube ich Oh Thomas Es wird immer enger Boah Scheiße wird das knapp Oh Höh Also ich bin drin Was Ja Geradeaus Bin mal so frei Ist eigentlich ein recht simples Loch Ey ich hab das Loch nicht gesehen Ja ich auch nicht Ich hab einfach mal auf gut Glück geradeaus geschossen Ja und ich hab gewartet bis du was machst Das Das ist nett dass du wartest bis ich hier eingedacht hab Ja Niklas so sozial bin ich eingestellt du Und ich roll wieder und kann nichts machen Das ist cool Bei mir stehst du still Jetzt stehe ich auch still Oh doof Aber ich mag Schinken lieber Wobei Schinken ist ja auch irgendwo Naja Das Fleisch Ja ist egal Alles das gleiche Rechts durch Wasser Was muss man da in den Löwen Man muss auf jeden Fall durchs Wasser Das weiß ich Was ist die Karte asozial alter Ohne Spaß Alter was Aber ist egal Wenn wir es beide nicht schaffen Dann hab ich gewonnen Wie viel hast du Wie viel Stöße Ich bin beim sechsten Ja jetzt Ich lieg perfekt Nein Oh Gott war das dumm Jawohl Gewonnen Mit wie viel Schlägen Äh Achso Äh weiß ich gar nicht genau Ich glaube 9 oder so Bin ich mir nicht ganz sicher Aber du hast dich schon mal Besser geschlagen Als letztes Mal Oder ich war einfach nur schlechter Das kann auch sein Äh Beide über 100 Punkte Das ist gut Na gut Perfekt Wir können das Gut Äh Damit Äh Ja das hab ich irgendwie auch gerade bekommen Wahrscheinlich dafür Dass wir die Karte gespielt haben Gut Oh Gott Also das ist jetzt Eine Runde gewesen Bei der ich mir sag Hm Äh Ist schon teilweise Ein bisschen Schwer Ist schwer Aber ich glaube Das ist einfach Ein bisschen Gewöhnungssache Ich glaube Wenn wir das noch ein paar Mal spielen Dann wird das besser Äh Dann mach mal ESL damit Oder Ja Niklas Mhm Genau Weltmeister Im Äh Hier In Golf So Willst du Tschüssi sagen Oder soll ich Tschüssi sagen Oder Wir sagen einfach Weiter Tschüssi Okay dann sagen wir Weiter Tschüssi Tschüss Tschüssi 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 Tschüssi